hey na gut es ist ein weiterer moment und zwar es geht darum ihr habt festgestellt am montag am dienstag kam kein video und auch ein stream naja ich sagte ja auch selbst wenn das nicht so sein sollte dann ist es eben halt mal so das ist so aber ich kann garantieren diesen sonntag oder samstag wird ein stream kommen und ja ich glaube das war alles wie gesagt ich entschuldige mich noch mal wirklich ich hoffe das strecke jetzt kein sofort ab und ich würde sagen dann viel spaß mit ich spüre irgendwas und das video ich habe versucht das best vom besten daraus zu nehmen also viel spaß und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinen kanal ich klinge irgendwie so ein gewisser anderer egal ich würde sagen damit wir kommen zu rainbows sexy und ich nehme dieses ich spür irgendwas mal wieder auf weil ich kein bock habe gerade was anderes zu machen außer zu zocken und kein anderer hat zeit und naja ich werde auch keine online runden spielen weil ich erspare ich das ich sag so kurz und knapp ich bin scheiße im spiel so schnell ging es doch also ich würde sagen meinen klippen ich gesell mich mal zu es gibt ja auch hier blitz war ein deutscher ich glaube nicht dass einer von denen überhaupt erneutig ist wir müssen eine bombe aufspüren war ein war ein eure drohner hat eine bombe gefunden ich bin damals aber nicht gucken wir den mann macht da haben ist eine sein mit dem moment wenn du einfach raus schon fährst wo war denn hier noch mal eine treppe mit dem moment einsatz in fünf sekunden gelang zu der bombe und entschärft sie haltet nach anderen ausschauen der entschärfer ist nicht länger in deinem besitz entschärfer wurde zurückgeholt wotter färg wotter färg Na, ist aber auch schön zu sehen, dass keiner hier Rollen spricht Zuckerblatt und so. Nein, das sag ich nicht, aber das ist meist bei Online-Games so. Wenn, dann sind es immer die Russen, die sich beschweren. Nein, das ist auch kein Rassismus. Aber gut, ähm, das sind nur noch zwei Spieler. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Ein Gegner verbleibt. Gegner eliminiert. Eigener Trupp erfolgreich. Na, ich glaube, das ist, ja, das ist ja. Ja, tot. Round 3. Fight. Ja, wird ja zufällig was gewählt. Ich würde gerne mal, ich bin wieder Bandit. Ich glaube, Bandit, ich glaube, was geil ist, oder Jäger. Aber nee. Hm. Na, da haben wir schon einen Jäger drin, also ist das ja auch schon gegessen. Lecker. Den Bereich sichern. Die Bomben weiter schützen. Ui, 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 schöne Bombe, ui, ui, ui. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigt sie. Lade nach. Nicht in die Schusslinie des AVS geraten. Die Haufel versterbt. Wann, wann mal, ich bin wieder. AVS ist einsatzbereit. Zack. Geht auf. AVS ist einsatzbereit. Nur noch zehn Sekunden. Die Wand ist befestigt. Es bleiben fünf Sekunden. Echt cool, es kommen mir ja gerade eher zuvor, als würde ich mit Profis gehen. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Ich scanne. Ich fesse das Gerät ein. Na gut, dann kommen sie sich ja so nicht durch. Ich fasse das Gerät ein neues Magazin. Oh Gott, 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 oh Gott. da wurde ich leider haupts genommen von ging es ist ein glücksspiel sowieso nur fünf runden oder waren es fünf runden im keller wir sind wieder wir sind verteidiger schon wieder ich werde verlieren weil ich keinen von denen überhaupt wirklich einmal gespielt habe es ist so traurig das ist schon so bleiben nitro ladung annäherungsverfahren mobile wieder schild das reicht und dann let's go warum bin ich komme ich meine teile kommt die bombe schützen ich ziehe eine kleine schau ich habe keine ahnung jetzt kommt garantiert die gegner haben eine bombe lokalisiert hier ist keiner hier ist auch keiner hier erwischt hier ist eine anjahrungsmühle hier ist hier ist hier ist hier ist hier ist Oh Gott, Alter. Lade nach. Nur noch ein Gegner übrig. Gegner eliminiert, Mission erfolgreich. Na gut, gewonnen. Oh, und noch als Info, ähm, das ist jetzt noch an der Elm. Ja gut, ähm. Mhm. Gut, ähm, und zwar, wenn ihr... Wenn ihr Bock habt, dass ich das Spiel... Ich guck gerade ziemlich voll. Äh, wenn ihr Bock habt, dass das Spiel mal streame oder so, könnt ihr gerne es mir in die Kommentare schreiben, oder, ob es das Spiel überhaupt spielen soll, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es mit Freunden spielen soll. Und, nun ja, äh, ja. Oh, noch als Info. Ich versuche gerade auf Discord, also auf meinen Discord-Server, die hunderten Members zu knacken. Ja, es ist echt übertrieben. Zwar aber, warum ich das gemacht habe, werde ich irgendwann noch... Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Ich werde euch dann nochmal sagen, warum ich mich dazu entschieden habe, das zu machen, weil aus... Aus einem bestimmten Grund einfach... Und nein, das ist nicht, äh, Fame und so. Nein, das liegt daran, weil ich was spezielles vorhabe, woran ihr dann auch teilnehmen könnt, wenn... Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Eigentlich ist das ja nur... Eine... Eigentlich brauche ich dafür 500 Members auf dem Server, aber ich gehe jetzt langsam an, in hunderter Schritten. Und ja. Die Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ich werde euch dann eben halt sagen... Ähm, ähm, mal später in einem Video, warum ich das so möchte. Und, wie gesagt, es ist nix dummes oder so, es ist schon was Schlaues. Was für euch auch irgendwie auch ein Vorteil sein könnte. Und für mich zum Teil auch. Also, ja. Ihr wisst, was du tunest. Und, ja. Alles, was ihr dazu wissen müsstest... Äh, wer müsst ihr dazu finden... Wollt... Ich muss nachladen. Alles findet ihr. Alles findet ihr in der Videobeschreibung. So... Wie gesagt. Alles ist unten in der Beschreibung. Und ja. Und jetzt habe ich mit mir gewünscht damit... Oh, und wer... Selly von der Familie... Abo da lassen könnte, weil... ich muss nachladen. Oh Gott. Erste Hilfe! Jaaa... I think I got you. Heh, jaaa... Hm, okay. Einer ist dead. Das muss ja so sein. Okay, da oben ist sie. Jetzt müssen wir erstmal nachladen. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Entschärfer wurde zurückgeholt. Entschärfer aufgehoben, äh, kann ich was machen da? Komm rein, komm rein, komm rein! Hast du den, äh, sie hat doch einen Entschärfer. Oder hat er den Entschärfer? Wer hat jetzt den Entschärfer hier? Ja, sie hat den Entschärfer. Sie ist EMP. Gegner neutralisiert, eigener Druck erfolgreich. Ja. Mr. Fee. Ja. Ich glaube, das dürfte reichen. Ich glaube, wir haben gewonnen. Und ja. Damit würde ich sagen, das war's mit dem schönen Video. Haut rein! Und... Tschüss! Ja.